Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der nächsten Folge. Ich wusste leider die Aufnahme noch mal anfangen, weil Olli so eingebaut hat und mich das etwas erzürnt hat. Ja, das sind die Leute, mit denen ich ganz, ganz, ganz am Anfang gespielt habe. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr euch noch an die Streams erinnert, wo ich mit Dingen Deppen gespielt habe, äh, netten Leuten gespielt habe. Das ist echt lange her. Deppen gesagt. Ja. Junge, 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 junge. So, was spielen wir denn diesmal? Wollen wir irgendwas lustiges mal spielen? Nein. Eine Wombo-Kombo? Ohne Scheiße. Tim, wie ist dein MF? Meine MF ist einfach nur legendär. Ist sie wirklich gut? Legendär. Äh. Ja, wir können Wombo-Kombo probieren, also. Einfachen Sachen begeistern. Also spiel ich Sona, Alter. Ja, du spielst Sona. Sona, MF und ich packe eine wunderbare Amumu-Mitlane aus, Alter. Okay. Okay, aus MF-Sona. Ich werde jetzt bekommen wir gute Gegner und, äh. Ja, dann ist er halt drin. Dann ist es wieder ganz schnell vorbei. Boi. Nasus, Alter. Tja, das ist generell ein Problem. Wer hat denn aber gesagt, dass das Machia ist? Nasus. Was? Nasus. Der hat den wirklich früher mal gespielt. Und irgendwie hat sie ihn gefragt, ey, Machia, was spielt du eigentlich bei der Weltmann-Fan-Champ? Und dann sagt er Nasus. Das wäre vor Jahren nicht aufgefallen, wie das nicht das ist. Warum ist das denn witzig? Deine riesige Naseart. Alter, als das erste Mal, ähm, Daniel bei uns zufällig in der Klasse war und meinte, Alter, wer ist denn der Typ in riesigen Zinken? Der ist mir das erste Mal aufgefallen, in dem der siebten, was war er für eine gigantische Naseart, Alter. Ja, einfach eine komplette Woche war ich komplett die ganze Zeit so, was soll denn, wie konnte mir das nicht auffallen? Einfach insane. Ja gut, also wie gesagt, mit übergroßen Cover-Teilen. Scheiße, nee, keinen Satz kann ich jetzt nicht zu Ende bringen. Solltest du nicht zurückhalten, Jona, der sagt, nee. Ja, die Leute hier kennen, wissen schon, was da in meiner, äh... Das ist ja okay. Oh, jetzt haben wir uns hinter der Dusche, das war schon mal. Alter. Ey, was läuft, ey? Keine Ahnung, echt viel Gülle. Ähm... Das ist kein Problem, ja. Das kann ja lustig, ich will noch den Lutz. Oh. Ah, gut, dass ich so mobil unterwegs bin. Ich sehe auch so, wo wir kommen und Nocturneut, alle orientierungslos, äh, was darf ich machen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Amume Mitte so der... Ah, Superpick, auf jeden Fall. Ganz klar, eindeutig. Vor allem mit Electrocute. Hey, komm, Köln führt 1-2 gegen Arsenal, heute ist alles drin. Junge, jetzt hast du verraten, dass wir die Aufnahmen gemacht haben. Oh nein, der ganze Myth aus YouTube ist vorbei. Ja, kacke. Ja, das Spiel wird auch gestern. Ach, alter Schwede. Aber die wissen nicht, ob Hinspiel oder Rückspiel. Ja, stimmt. Ah, ne, doch, die gewinnen, scheiße. Oh, die hat... Da gewinnen die einmal, Alter. Junge, 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 Junge. Könnt jetzt im Stadion sein, Tim. Tja. Wenn ich muss mir wieder ausrasten. Ah, ja gut, ne? Dann lass jetzt mal... Escaladen. Wenn, eh. Ja, ey, warte mal. Es gibt gar keine Routen mehr, oder? Also ich musste nur dieses Ding einstellen. Das sind deine Namen. Ja, ja, das ist alles. Okay. Ich dachte gerade, ich hab irgendwas vergessen. Ja, warte mal. So nach dem ersten Game. Ja. Ja, geht mal. Alter. Ja, guck mal, wie der Kopf ist. Ja, wunderbar. Ey, hier rein, hier rein, hier rein. Wie hier rein? Was heißt das? Ja, komm, 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 komm. Nein, der Olli ist oben. Ah, wann macht denn der Oliver da? Geh weg! Ja, das ist... Ja, verpisst euch da besser auch mal. Ich dachte, wir können... Oh, 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 oh. Jetzt geh ich hoch, oder? Okay, warte, wenn einer da in den Butch recordt... Einer ist immer der Dumme, der zu frühen recordt. Sehe ich schon den Blind, okay, rüber. War ja bis jetzt sehr gut für die. 100 pro Jahr gewartet, oder? Okay, komm, wir gehen da, der Top-Laner recordt da. Ich spür's. Hat der Olli? Hey, hör doch auf. Okay, seid ihr ready? Ja. Ja. Okay, der Top-Laner recordt da. Ich spür's. Okay. So, was haben wir denn am U-Boo geändert? Gib ihm mal den nicesten Pull, den ihr je gegeben habt. Okay, okay. Ja, Mumu ist... Okay. Nicht so klasse, möchte ich sagen. Vor allem gegen Aurelion Soul. Macht bestimmt Spaß. Ich hab auch keine Idee gesehen, das Ding... Wird weg. Ja, das war auch so meine Vorstellung, Olli. Ich glaub, das ist aber leider eher Wunschdenken. Nach den ersten Auseinandersetzungen, muss ich sagen, wird eine spaßige Lane. Ich bin Half-Life. Half-Life 1 oder 2? Holy shit. Holy shit. Der war der... Der war halt selbst für... Ey, das ist ein Klassiker, Marianne. Ich liebe mich. Okay. Okay, okay. Ja, eigentlich sollte das Ziel halt sein, den Narciss zu campen. Aber... Ich habe das Gefühl, unser Midlaner braucht ein bisschen Waffe. Ach, vorbei. Ich habe die Lage im Griff. Ich ziehe auch direkt mal Top. Mach das. Gib ihm! Knock it up, knock it up, knock it up. Knock it up, knock it up. Okay, Flash raus, das ist schon mal gut. Kamehameha gechannelt. So, ihr denkt, ich bin weg, aber ich bleibe einfach. Komm direkt nochmal, Knoli. Boah, du bist so ein Fuchs. Alter, Jungle Genius. Komm jetzt. Knock it up. Nice, nice. Bats, bats, bats. Nice. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ich hatte das einfach in den Rücken. Ey, Jona, kannst du nicht bei Twitch ab 18 machen, ne? Ja, nee, nee, nee. Doch, kann man. Ja, kann man, aber da habe ich keine Werbung scheiden, Jungs. Wir machen das hier immer noch, damit ich reich werde, ne? Also... Ah, der Zug ist abgefahren. Nee, warte mal. Kennt ja nicht jeder. Ein bisschen chillen. Tütschelnd. Ja, lieber Jonah. Wäre bereit. Oh, du stirbst, okay. Ich habe alles im Griff. Also, vielleicht musst du im Gang das meiste selber machen. Aber... Ah, ne, ich mach glaube ich Alex am liebsten so. Der geht einfach nicht. Ey, krass. Gewinn hier so eine Lane gegen den... Schlitzkrain. Der unterbricht dich, oder? Der unterbricht dich, oder? Was ist denn so ein Mensch? Kann doch einfach normal sein. Ey, stell dich mal hier hin. Der unterbricht ja deinen Schaden. Holy shit, das ist ja kein E. Das ist so pervers. In drei Sekunden wieder. Nimm mal ein bisschen deinen Farm, oder hast du TP? Ich hab TP. Den haben die eigentlich im Jungle. Ich glaube, der Flix hat der Top nicht geordet hat, Mario. Ich glaube, der hat nicht geordet. Nicht geordet? Ja, ich komme sowieso hoch. Dann campen wir den mal tot. Da tritt sich doch erstmal noch einen Plan an. Hm. Kann ich helfen, ich bin laut. Geh auf, Dings. Ich glaube, du könntest ja trotzdem noch einen. Nein, das sieht ziemlich nach dem All-In aus. Hm, packen wir den. Ich komme auch fort. Der hat geflasht. Das wird ein easy kill für mich. Ja, auf jeden Fall. Der hat nichts mehr. Ja. Huh, jetzt ist der Amumu natürlich jetzt auch nicht so der. Die wissen nicht, dass du da bist. Nice. Nice. Easy, Alter. Amumu der Midlane Roamer gegen Aurelion Sol. Kann sein, dass der Top kommt. Nocturne ist Top. Level 4 erst. Nice, guck mal, der Marion ist voll on track hier. Der hat den besseren Jungle. Ah, nice. Ja, ich habe noch Flash, das heißt, wir können die... Ja, ich habe auch noch Flash. Ich habe hier benutzt, aber ich glaube, wir finden die... Nocturne war noch Top. Bitte? Ja, ich wollte nur fragen, ob du das gesehen hast. Ika, ich bin ihm geflasht vor dem Weg. Hab ich doch gesagt. Ja, du... Übrigens sehen die Gegner auch, wenn du das Ding auslässt, ne? Also, vor Ganks ist das meistens nicht so sinnvoll. Ja, ich wollte aber wissen, ob der Nocturne ist. Ja, ich meine nur keine Reihe. Ich wollte das nur mal so als, ne? Hallo! Hallo! Ist heute weg. Der Jinn ist da drin. Nice, deswegen ist dein Ulti getriggert. Oh! Holy moly moly! Ah, überlebt. Alter, wie ist das mit der Jull-Ulti? Wie ist das mit der Jull-Ulti? Was geht denn bei dem? Kann ich jetzt Jull-Ulti so oft stacken, wie ich will, oder? Äh, du hast 6 Stacks gegen Minions und Monster und danach musst du Champions und sowas stacken. Okay. Aber du kannst auch vorher schon Champions stacken, quasi. Dann hast du... Du hast einfach 6 frei, quasi. Du siehst das auch bei der Ultimate-Anzeige. Ist super nice. Also, du hast halt unendlich Leben und deine Ulti skaliert mit Leben und dein E skaliert mit Leben. Okay. Also, der Chap ist echt... Ah, stimmt. Ich muss auf Leben gehen. Ja, komplett. Also, du kannst... Also, du kannst... Also, ganz auf AP, oder? Nö, würde ich nicht machen. Also, Righteous Glory ist so das mit Abstand beste Item für dich. Okay. Ja, wie sieht's Bot aus? Wir können Midlane machen. Ich hab Ultimate. Okay. Ich hab... Lass mich Red machen. Ich glaub, du kannst hier. Ich denke, dass der Aurelion jetzt Botlane roamed. Über den Busch hier. Das ist Büschle. Ist da? Ich hab grad keine Worte, bis du bist. Er ist wieder Mitte. Du Lügner. Tut mir leid. Schlitzcrank. Christy Wave komplett. Ich bin noch nicht... Ah, ich bin gerade noch nicht Level 6. Ist egal. Ich bin fast Level 6. Ja, wohl ich dir den mal. Bisschen nix ID. Ich kann die Hinsen killen. Ey, komm. Mein Human. Der Blitz... Der Blitz ist weggegangen. Ich hab extra keine Space gemacht. Ich bin gerade ein Minion. Ah, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich... Eigentlich ganz gerne Toplane Roar machen. Aber ich geb das Card noch zu früh. Hm. Ich kann mal den Lockchain hier abfacken. Oh. Hier ist ein Red Buff. Wisch mal deine Mitte durch, ja? Ne, ne, ne. Komm mal zum Red. Okay. Der Lockchain muss ja eigentlich hier sein. Ja, gut. Wir können gleich auch gerne den Dragon machen. Wenn du... Wenn du Ulti hast, mach, ne? Auf die Beine. Ja, lass mal Top. Wollen wir Top-Dyven? Ja, lass mal Top-Dyven. Oh. Ja, Bon, wahrscheinlich. Egal, dann Dyven oder Top. Als Kracher. Also! Push the Wave, push the Wave. Komm hier, komm hier. Wir brechen den Recall-Up mit einer Standart rein. Wir haben jetzt einen Trick. Was ist der jetzt hin? E, E, E. Einfach nur E. Aber noch nicht rein. Okay, okay. Dive, dive, dive. Let's go. Oli war raus. Bitte. Der Plan war quasi, dass Oli durchpusht. Ich hab auch noch Flasher. Wir können auch direkt mitten. Ja, ich nicht. Jo, komm mal. Aber ne, nicht da rein. Da ist ein Pink-Word. Da ist ein Pink-Word. Da ist ein Pink-Word. Ich hab dir zwei übrig gelassen. Okay. Woll ich nicht. Er hat's umgecheckt. Hast du eigentlich Ulti gemacht? Ja, ja. Ist doch ne Sache mal egal. Hä, aber warum? Ist nicht bei Leo, oder? Also ich hab nix gesehen. Ich hab Nocturne und der hatte halt einen Spell-Tree. Nocturne? Ne, ne, der hat Spell-Tree nicht benutzt bei der Ulti. Echt? Der hat das erst später bei mir benutzt. Aber die Frechheit ist halt, dass Nocturne nicht gestorben ist. Die Frechheit. Riot, was soll das? Okay, das war natürlich worth it. Kriegen wir den noch? Ja, wir kriegen den noch. So, auf Nocturne könnt. Ja, obwohl. Das ist ein Schnelles, Mann. Langsam bei euch sein, ne? Der Ulti auf jeden Fall. Ey, hast du, kriegst du gar nicht mehr? Ne, der noch schon hat keine Ahnung. So, sorry. Der hat den Ulti benutzt. Äh, echt? Ja, deswegen hast du noch nix gesehen auf dem Bildschirm. Bei eigentlich nicht. Vor allem Top-Länge-Dive. Ach so, ja. Wie viel Cooler hat die denn? Ja, gut. Von der 20 Minuten noch mal zu haben. Okay. Da, kürzt du dich. Oh shit. Wie kann man den denn müssen? Egal, aber im Board unter Kontrolle auch. Wenn wir uns Stats da hinten legen. Gleich wieder Ult. Ja, Juno, ich kann auch mal kommen, ne? Ja, dafür super. Ich hab wieder ein Ult. Ich glaub mit einer Combo auf Jinkl. Oh, hier ist ein Blitzbrand. Bist du bereit? Noction ist da hier auch. Warte, ich bin aber da. Warte, ich bin aber da. Warte, ich bin durch, Mann. Oh, der bin ich ja... Oh, die Stelle. GinBot. Oh, nice. Oh man, nice. Oh man, nice. Oh. Ah, ja. Das war schmerzhaft. Ja, passt auf, Bots. Noction und Blitzcrank kommen. Jo, ich sollte da eher raus. Das ist Fame. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Ich hab einen TP, aber ich geh das in zwei Sekunden. Ich TP da trotzdem gleich hin. Alter, krasser. Noction macht nicht viel Schaden, ne? Ich komm mal, ich komm mal. Oh, was war das für ein Backstab? Was für ein Backstab? Gar nichts. Backstab. Was ist das? Soja, warum der Blitzcrank Mitte war. Der Lümmel. Wollen wir den Dive? Ich hab nix. Ich hab nix. Aber go. Mann, ey. Ich hab einfach nur Trill-Duck gezogen, wenn ich. Ah, ich geh base. Mal durchpushen. Ja, ja. Kannst du alleine, oder? Kommt. Ich hab kein Mana. Aurelion, ist Space gegangen? Wo geh ich von aus? Dein Mana? Ja. Ja, weil ich ihn mit dem Auto wegkriege. Ich glaub, die haben kein Wort hier drunter. Ja, der Noction ist ziemlich fett. Und interessanterweise der Blitzcrank, aber. Okay. Das ist nicht so wild. Ja, der Noction hat irgendwie von der Verhandlung jetzt viel Schaden gemacht. Ja, der ist auch zur Zeit gut. Die ganzen AD-Jungle. Wir brauchen halt... Du hast halt keine Amorun mehr. Und deswegen ist halt Lathality so stark. Also solltest du dir grad relativ schnell auch Ninja-Tabi holen. Das hilft meistens schon mal. Ja. Kannst du dir das Schlimmes schon mal überleben. Ich würde wieder Top-Lane kommen, Oliver. Ja. Ah, ne. Hier ist ein Pink-Quad leider. Ich hab keinen Bock auf mich. Das ist... Das ist die Einstellung, wie ich irgendein will. Ah, da... Ich glaub, die machen den Entfernen. Echt? Ja. Okay. Ja, mit Lane-T1 ist halt dauernd. Ich kann da nicht so viel machen. Ja, machen sie nicht. Nicht? Okay. Okay. Ja, gut für uns. Das hätte ich nicht echt machen können. Pass auf, Marion. Ja, Aurelion soll keiner sein. Aber wir müssen überlegen, ob wir groupen wollen oder wie wir das machen, weil... Das ist jetzt... Ja, Aurelion hier. Ja. Ja, ich hab wieder Ulti. Ich... Lass ihn mal Punishen kommen. Lass ihn mal Punishen kommen. Lass ihn mal Punishen kommen. Uuuuuh. Top-Pro-Panish. Ja, ich bin auch dauernd. Ich glaub nicht, dass da was geht. Geht. Jin ult. Ich kann da blocken. Bleib stehen. Achso. Ist weg. Okay. Nocturne ist da. Hm. Geht's hier für Nocturne? Oh. Der Jin ist nicht so der Beste. Okay. Die sind bei Inferno ult. Da sollten wir aber schon noch hin. Wir haben MF ult oder Mumu ult. Ja. Komm mal. Ich geh da rüber. Geh rüber. Ich hab keine Ulti durchbekommen. Ah, schön, dein MF ulti. Ah, ne. Oh. Oh, ist das bitter, ja? Ist das bitter, ja? Ich hab keine Ulti durchbekommen, ey. Ich war zweimal gesoundert. Ja, ich hab noch keine Tag-Speed. Ich mach noch gar nix. Und ich hatte leider keine Infinity-Edge-Fert. Sonst wären die alle tot gewesen. No. Also, mit Ulti hätten wir da halt alle bekommen. Aber ich hab zweimal gedrückt. Nice. Das ist ja so okay. Ah, wir haben wenigstens Entferno bekommen. Haben wir? Ja. Nice, good job. Push das durch. Tja. Schade, ja. Das war eigentlich echt keine schlechte Situation. Aber irgendwie war's gut. Ja, vor allem weil... Ja, der Aurelio ist ja ausgeflasht und ist ja tot gewesen, ne? Ja. Ja, mit meiner Ulti ist ja safe. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Mario, lass mal top gehen. Ich glaub, die Gegner gehen top. Dann können wir da... Ich glaub... Wir können dich hier abfangen. Auf jeden Fall den Blitzcrank. Der läuft immer so. Du musst mal Jhin killen, Christoph. Mhm. Soll ich zu dir? Komm direkt oder was? Jaja, hier. Nee, nee, der ist oben. Und dann kommst du hier hoch zu mir. Oh, ich find der sich nicht. Oh, ich geh durch. Oli, kannst du noch stayen? Ja, scheiße. Ich hab 200 Gold. Okay, lass top lane diven. Top lane diven und töten. Ich hab keine Ulti 30 zu kommen. Ist egal. Oli, wir sind da. Du kannst jetzt fighten. Oli. 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 Ja, vier Leute bot, ne? Jaja, ich hab doch schon. Vier Leute bot. Okay, hab ich irgendwie eher nicht belegt? Oder wie voran liegt, dass ich euch nicht ulten kann? Scheiße. Ist das ein Bug? Oder... Ja, ich konnte schon wieder nicht ulten. Aber der kann mich ja nicht silencing diesmal. Okay, wir haben top bekommen. Oh, schönes Ding. Hexe GP ist so ein ätzendes Alter. Ja, das ist komplett OP. Boah, die pushen uns ziemlich äh... Ja, wir haben da top ein bisschen viel investiert. Wir kommen. Ja. Ja, 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 ja. Wir kommen, wir kommen. Hat der keinen Hook? Hast du Ulti? Ja. Ja, ich hab einfach. Go, go, go. Warum komm ich schon mal hinter dem Power raus? Lass fighten, lass fighten. Ja, lass fighten. Ja, der TP geht jetzt immer... Na, richtig. Hier lang, hier, dann hier. Oh, da kommt der Oliver mit dem Speed. Oh. Ja, lass mit dem... Ja, mit dem pushen ist besser, jo. Ah, ich will jetzt tryhden. Die Gegner sind auch im tryhden. Ja, die sind auch diesmal auf jeden Fall besser. Ah, gut sind die nicht. Also zumindest der Blitz ist gut, aber der Jhin ist richtig kacke. Hier? Ne, lass. Push einfach. Ach man. Ach man. Okay, was ist denn... Der AD Bruiser Wave Clear. Ich kenn den nicht. Ah, ist die Frage, wird das hier... machen können? Ich befürchte nicht. Klar, Alter. So los. Lass sie ein bisschen kommen und dann reengagen, ne? Von hier, Oli bleibt da stehen. Okay, ich geh da rein. Der ist doch unser Wombo-Combo. Der ist doch unser Wombo-Combo. Wir sind miese, Alter. Pernichtet. Okay, Boys. Turret und dann Harrod. Ne, noch ein Turret, oder? Ich glaub Harrod. Ja. Könnte ja eine Wave klären. Alter, das ist ja auch ideal, Mann. Ja, gut, lass probieren. Oh, der war kein Dinär. Ja. Ich hab da einen Unfall, oder? Ja, ja. Könnt ihr. Wenn ihr den mit ihm tut, ist das ja tot. Hier geht alles drauf. Wir ziehen den Turret durch. Und dann weg. Weg, weg, weg. Ah! Okay. Butter will cross the Wave. Wir sollten alle resetten. Ich check grad nochmal, ob der Blue da ist. Bisher nicht. Ich hab da Hilfe gebrauchen. Ich geh aber weg, weil... Ich hab einen TP. Oh, ich geb die aber nicht. Ja, ne, das ist weg. Na ja. Auf jeden Fall. Ich dachte nur, die wollen nicht. Guck Butter an. Das haben wir nämlich. Haha. Ah, da sieht doch Oliver noch die Wave. Klar sieht der die Wave. Marion, verpiss dich! Hä? Ich glaub er nicht. Blauen. Okay, lass... Lass einfach weiter groupen. So. Don't get cocky. Hier kommt wieder der Blitzcrank. Ah ne, der hat da gewordet. Kann ich ihm mal... Die sind drei Leute bobt, ne? Ja, das wird einfach rein, oder? Und dann Top dann rotieren. Noch eine Wave pushen und dann Top. Da ist wieder ein Nocturne. Bleib ein bisschen hinter dir. Verzähl ich den Page. Hör ja ihm. Lass hier. Wir rotieren Richtung Top. Kommst du rein? Kommst du rein? Okay, wir... Moven, Moven. Ah. Das war aus Versehen, um ehrlich zu sein. Ah, der Dings ist tot. Der Nasus... Glaube ich. Ah, ich weiß nicht. Oh, die wird Chasen, ne? Okay. Hier kommt... Kommt der Rest. Okay, nice. Ah, Ul zum Abweiten, ne? Ich hab 5 Sekunden wieder. Haben wir andere? Ich hab Ulti. Ja, wir können die... Wir facetylen. Okay. Das ist sehr viel Face. Okay, alles gut, alles gut. Aureno und Nocturne hier? Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Okay, nice. Noch ein Flash. Zurück, zurück, zurück. Ja, ja. Kann das... Oliver! 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 Ja, was war das denn? War doch okay. Wir haben richtig viele Flashs bekommen. Und wir haben immer noch unsere Combo. Oh. Ich werd gesehen. Ja, okay. Lass noch ne... Ah, wir sind ein bisschen low. Ich weiß nicht, ob wir das sind. Ne, lass mal weg. Lass mal weg. Unten ist noch ne riesige Wave. Glaub ich. Ja, von hier dann. Vielleicht noch mal. Aber prinzipiell sollten wir... Guck dir mal die Wave an, Alter. Sag mir, dass du noch... Oh ja, die sieht gut aus für mich. Wer von uns hat... Dafür komm ich mir, glaub ich, extra Mobility boost. Haha. Ne, komm nicht. Ich DP nicht. Aber ich hab mir die Gedanken gespielt. Okay. Wow, Mario, du hast richtig geartes Stats. Willst du von mir? Wir haben dieselben Stacks. Echt? Stacks? Dieselben Stacks? Oh, Oliver, ne? Ich vermisse das aber echt voll oft, dass Leuten sowas auffällt. Immer wenn sich irgendwer verspricht, guck ich mich so umso. Es fällt aber auch nur dem Olli auf. Ja. Aber ich müsste jetzt eigentlich mal dem Yono auf das Bild schicken, was ich letztens von dir geschickt hab, weil die mit dem... Jetzt keine Versprecher mehr, gell? Daneben sind dann zu Ende, ja. Weißt du noch, was ich meine? Marien, warum pushst du im Midlay? Warum nicht? Ja, ich pushe jetzt eh zurück. Hier, let's go. Oh. Oh gut, da geh ich auch jetzt. Let's go. Kannst du ihn kaputter? Ah, kontraproduktiv. Da kommt die gierige Lanze. Schwupps. Okay, lass einfach wieder eine Midlane pushen und dann rotieren wir wieder top. Also noch die nächste Wade pushen. Wieso rotieren? Wir facetiven die mit Olli. Nee, nee, nee. Das... Hä, was? Einfach Top-Din T2. Was ist denn los, Tim? Nein, ich will den In-Hip haben. So viel Schade. Ja gut, wir facetiven. Habts gehört, Jungs. Ja klar, Alter. Mach mal dein Righteous Glory an, Olli. Guck, guck. Da. Ich bin doch nicht so überzeugt. Na, Alter. Was ist mein Ulti? So. Jetzt... Nee, mein Q, der direkt dabei beflog. Ja gut. Dann mit TP wieder. Ja, mach mal. TP mal hier aus dem Minion, ne? Warte. Nein, nein, nein. Mit der nächsten Wave, wenn überhaupt. Ach so, jetzt bist du in Schisse auf einmal. Ja, das hat keinen Sinn gemacht. Oh na. Deaktiviert. Okay. Lass hier wieder fighten. Oh shit. I need Backup. Äh, wo soll ich denn TP? Jungs, I need Backup. Ja, let's go. Oh man, Alter. Wie hab die Flaschen. Flaschen. Oh. Ja. Sit back. Sit back. Oh yeah. Oh yeah. Olli, einfach versucht bei Sprachaktivierung den Flash zu aktivieren. Flash, Flash. Ich geh da jetzt rein, Jungs. Oh yes. Give him. Go Johnny. Ich weiß nicht, ob was gut ist. Warum bin ich heute in die Base hinterher gelaufen? Ich bin so blöd, Alter. Ey, warum bist du blöd? Wir fighten hier. Wie willst du auch facetimen? Jetzt sind wir richtig im Gesicht in der Face. Guck mal, wir kuscheln auf jeden Fall durch. Okay. Okay. Befreiungsschlag. Let's go. Wie damals beim Sport in der Dusche, was? Wer hat das Spiel? Wir haben sie alle. Lebt hier noch wer? Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist nur Nocturne oben. Ja. Das ist halt ein Nocturne, der mich all in hat. Super. Och man. Da hab ich keinen Lust zu. Ich find das war ein gigantisch guter Plan. Okay, lass base. Wir hätten natürlich auch einfach Toplane inneboren können. Äh, Tirid aber. 1, 2. Ah! Du aktivierst neben mir einfach mal den Ward oder was? Achso. Ich hab... Alter, was ist das für sich? Das ist so viel Topwave. Da bist du schon mal hin. Achso. Okay. Na, ich komm ein bisschen zu spät. Ah, die Mütter bei der Brust. Das war der Lars. Hey, meinst du das oder was? Das war der Lars, ne? Ja. Oh Jungs, ich glaub ich bin ziemlich am Arsch. Ey, ich will gern meinen Ombudschat wieder anmachen. Wie geht das? Hahaha. Das hat keiner mitbekommen, oder? Ne. Stell dich vor, ich hab was cooles gemacht. Schwer vorzustellen. Okay, let's go boys. Oh nein, sie haben Cloud Drake. Was soll ich nur tun? Okay, Leute. Die kommen alle von da, ne? Ja, ist okay. Als ob die ja wusste, wo ich bin. Das ist geil geworden. Jetzt krieg die haben... What? Okay. Ich mach mal fix in blue. Ich hab mich noch generiert ab. Wenn ich jetzt... So viele Klasse. Oh, sie have no vision at all. Okay. So let's do Nesheros. Das ist Nesheros. Alter, wer macht das denn? Alter, wer macht das denn? Hobbyfahrer. Da kommt ein Spiel. 100 Pro. Hey, Marian ist ein guter Smiter. Oh mein Gott. Wir bei 300. Das war richtig knapp. Alter, warum nehmt ihr alle die Dinger? Da ist ein Knock. Da ist ähm. Äh Leute, ihr seid meilenweit von mir entfernt. Ist doch egal. Hilfe. Hauptsache, der Blitzquake nimmt mir halbe Leben weg, ey. Nice. Wir haben die Minutes vergessen, Jungs. Ja, da... Deswegen war ich da, aber... Ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Ah, ja. Okay, Facelive, Jungs. Ihr habt's gehört. Mhm. Gürs, gürs. Oliver, bleib hier. Ja, ich hab schon morgen gekürt. Pats. Nice. Gut aus. Autsch. Ja. Komm schon. Oh. Oh. Guckt er noch? What the fuck? Oh, oh, oh. Okay, ich geh da rein. Super. Sehr gut. Okay. Wollen wir jetzt diven, oder? Ja, go. Puzzeln wir raus. Hast du ult? Ich hab'n geohlt, ja. Da... Das ist... Wat ist dat? Wat ist dat, hä? Ne perfekte Ultimate ist dat. Da, der noch schön. Äh, der Nase ist fertig. Wut ist das? Ich werde der Zweck finden. Oh. Kass auf. Bitter. Ach, da war ich zu gierig. Minimal. Ja, gut, Oliver. Ich glaub, du sollst ja auch besser raus. Wenn du den Silence genübringst, seine... seine Bälle weg. Nichts ist leichter als das. Christoph, lass mich im Kreis drehen! Killen! Achtung, Killen! Killen! Die Super-Minions sind dabei. Ich dachte erst, dass... dass Oli sagt, dass Christoph laufen soll und so ein guter Freund ist. Oh Gott! Und man wird... Killen! Killen! Al... Oli einfach... 10-0! Alter! Äh, bau mal Titanic Hydra. Das macht richtig Bock. Ich hab ganz gut verstanden. Äh, bau mal Titanic Hydra. Der Vorteil, wenn man einen Jungler hat, der immer die Lanes farmt... Geil! Yes! Alter! Ja, ich... freu mich auch sehr darüber. Mit meinen... 160 CCS. ... Hu, okay. Jin! Pah, da, da, da... Wie lang braucht ihr denn dafür? Ist das denn so ein Ernst, der Kite Dott? Ha, ohohohohohohoho! Da will ich nicht hin! Da steht ja noch ein Bot Tower, Alter! Was ist das für ein TP? Okay, wir dive in den Nocturne Mach mal hier Righteous Glory an und chase den Wend, ich mach kurz die Creeps Ne, hier, ich bin schon hinter Dirt Komm her Eieieieiei Na gut Ok, ok Och man Der Static Brock Ey Leute, warum bist du trotzdem mal? Die Minutes kommen ja gerade Ach so, Moment mal Ja, komm hier Ah, mit dem Kopf eingerannt Irgendwer ist da Alle in dem Busch Ok, wieder facelifen Wir kennen das letztendlich mittlerweile Ich flash sogar noch vorne für die Ulti Das ist gut, da mach ich mal Ah ne, hier sind nicht genug Ah ne, da sind nicht 5 Ok Problem ist, da hat ein Flash Ok, da müssen wir rein Oh It worked Ich such den Weg gar nicht an Heal Heal Na der ist gesloot Den, den Foundation Dive Foundation Dive Foundation Dive? Was ist denn der Foundation Dive? Der Foundation Dive Der Foundation Dive Hier, mach mal Schluss Hallo, Jungs Der Tier 2 steht noch Ihr müsst da echt weit laufen Macht die Nexu Spirits Ah, ist da langweilig Ah Mann, Mann, Mann Ey Glauben nicht Ja, das war eine weitere Folge Schreibt uns gerne Vorschläge Was? Das guckt immer noch keiner Äh, schreibt uns gerne Vorschläge Was wir spielen sollen Äh, Marian kriegt auf jeden Fall nicht meinen Honor Der war der Oh, der war der Stay cool 19 Assists Ja, ne, eher weil du so ein unverschämter Bengel bist, ne Ähm Ja, und Wie gesagt, schreibt uns Vorschläge für Kombos, die wir spielen können Ähm, dummerweise können wir die eh nicht spielen, weil wir keine Champions beherrschen, aber Ich hab zweitmeisten Damage Tschüss und bis bald